Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sam wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich neu diese Woche Aufträge und zwar die effektive Effekteaufträge Woche 5 Nummer 4 und zwar wehre Schüsse ab, während du den Wächterschild hältst. 10 Schüsse müssen wir abwehren, das sind insgesamt 5 Phasen, also 10, die zweite ist 20, die dritte ist 40 und so weiter. Hier nochmal effektive Effekteaufträge und ja, fangen wir direkt an mit dem Auftrag. Ja Leute, Wächterschild könnt ihr durch Drohnen finden, also ihr könnt einfach Kissen öffnen und könnt ihr ein Wächterschild, so sieht das Ganze aus, finde ich richtig nice. Wenn ihr es in der Hand nehmt, sieht das Ganze so aus und wenn wir, da steht Schild einsetzen und da steht auch Schild werfen, mit der Schießtaste setzen wir das Schild ein, so, okay und das müssen wir halt machen und wir müssen halt Schüsse vom Gegner abblocken und dann würde ich sagen, suchen wir nach einem Gegner. So Leute, hier oben ist ein Gegner und ja, also was ihr Ganze machen müsst, ihr müsst einfach auf die Schießtaste drücken, wenn er euch anschießt, anschießt, dann sieht das Ganze so aus und wenn er euch halt anschießt, dann wird da sein Schuss abgeblockt und das müsst ihr halt machen, indem ihr 10 Schüsse von ihm abblockt. Ja Leute, der Auftrag ist eigentlich so einfach, also ihr müsst einfach den Schild aktivieren und lasst einfach Gegner auf diesen Schild schießen und ja, dann habt ihr auch den Auftrag abgeschlossen, wie gesagt, der Auftrag hat 5 Phasen und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch geholfen, gefallen, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, lasst Glocke aktiv, dass kein Video mehr verpasst, dann würde ich alles sagen, was schon mit dem Video und ciao, haut rein, bis nächstes Mal Leute, tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal.